Hallo Bayern! Heute am Tag vor Allerheiligen, an dem wir hierzulande unseren Verstorbenen gedenken. Trauer ist etwas sehr Persönliches. Die meisten von uns wollen selbst entscheiden, wie sie erinnert werden wollen. Und wie wir selbst unserer Verstorbenen gedenken. Wusstet ihr, dass es die Nazis waren, die 1934 im Feuerbestattungsgesetz den Friedhofzwang eingeführt haben? Und das gilt bei uns bis heute. Ebenso wie die Sagpflicht und andere Vorschriften zum Umgang mit den Toten. In vielen Ländern Europas dürfen die Angehörigen die Asche ihrer Verstorbenen in einer Urne mit nach Hause nehmen, auf See oder an einer ihrer Lieblingsorte verstreuen. Deshalb wollen wir Grüne das bayerische Bestattungsrecht reformieren. In einem ersten Schritt soll die Sagpflicht abgeschafft und ein früherer Bestattungszeitpunkt ermöglicht werden. Damit auch Atheisten, Juden und Muslime nach ihren Vorstellungen oder religiösen Regeln beerdigt werden können. Trauer ist etwas ganz Persönliches. Der Staat sollte sich hier so wenig wie möglich einmischen. Ich wünsche euch einen friedlichen Feiertag. Ben es gehört, auf See und �Fern, auf Ende deržeinschaft die Angehörigen den Uranus wird geöffnet.